2020 war dieses komische Jahr mit diesem C, wo das aufkam, gell, ja, das war so. Da haben dann die Ladies vom Smaragd mit der Sonja Ariel von Staden, haben die so ein Buch gemacht, das Powerhandbuch für Krisenzeiten, damit die Leute quasi wieder zu sich kommen, ja. Also wenn es richtig kriselnd ist in allen Aspekten, dass man da bei sich bleibt und wie man da gut in seiner Kraft bleiben kann. Und haben das dann im Juni schon veröffentlicht, ja. Also das Buch ist aber auch heute noch sehr aktuell, denn viele Menschen sind in allen möglichen Krisen, allen möglichen Lebenskrisen gestresst, Burnout, zu viel Arbeit, Wohnung, was auch immer. Oder auch mit ihrer Familienführung als junge Eltern, mit ihren Kindern schon überfordert, noch mit Job und Familienspagat. Also wenn man in der Krisenzeit ist, dann ist dieses kleine Büchlein auf jeden Fall ein hilfreicher Begleiter, was man mal auch an ein, zwei Abenden durchgelesen hat und dann wieder selber ganz viel mehr in der Ruhe ist. Ja. Ja. Ja.